Ich deck dich. Wir können uns hier Fähigkeit zu vergeben anschauen. Na gut, nicht ganz. Der ist ein bisschen weiter links. Aber wir sind auf alle Fälle relativ nah dran. Dort werden wir unsere Kollegen befreit. Was macht der Nick da hinten? Der macht auch hier seine Pirou retten. Ach scheiße, Munition brauche ich ja auch noch. Ach, guck mal einer schau. Völlkommen vergessen, wa? Ich habe ja gar keine Munition. Wo kriegen wir Munition hier? Kommen wir auf dem Weg hier irgendwie an irgendeinem Lager hier vorbei? Ach, nicht ganz. Aber wir könnten hier eine kurze Schnellreise machen. Höh? Hey, Mörl! Alter Säufer! Hallöchen! Ich habe jetzt richtig viel Kohle mitgebracht. Also, hier erstmal Beute... Ah, na gut, 1700. Ähm, Schnellverkauf. Ansonsten, Munition natürlich... Oh, hoppala. Munition natürlich! Ey, ich habe ein bisschen die Befürchtung, wir werden uns mal eine richtig schöne Schrotflinte hier holen. Aber... Die ist gar nicht mal so verkehrt. Oh, die wäre natürlich richtig geil. Die wäre so richtig Gangster-mäßig. Aber uns bleibt einiges sagt nur die hier. Weil, ich bin der Meinung... Haben wir schon? Haben wir schon! Okay. Schalldämpfer brauchen mal keine, auch wenn es natürlich wahrscheinlich geil ausschaut. Aber ich denke mal, ich habe ein bisschen Befürchtung, dass wir wirklich im Bunker hier ein paar Sachen sehen werden, die uns nicht so gefallen wären. Beute, Sibberbahn, was sind denn Sibberbahn? Achso, okay, für Online oder sowas. Gegenstände? Ah, hier. Ganz viele davon. Granaten! Ah! Ein Spaten? Ah, der passt nur so. Können wir eigentlich auch... Munition haben wir ja. Äh, Waffen an sich auf Wurfgeschosse. Ja, wa? Ich glaube, die sind hier, wa? Oh, eine Schleuder! Wie geil ist das denn? Hm. Hat auch was. Hat auch was. Hö, was ist jetzt los? Hallo! Leute, was ist denn los? Wen? Hä? Das sind doch keine Peggys. Johnny, komm jetzt mit, hör auf zu rumalbern hier. Wir haben ja alles besoffen. Werkstatt. Reiten wir da mit ein? Komm, wir reiten mit dem Witwenmacher ein. Oh, da! Guck mal! Peggys! Das wird nicht. Gerne doch. Wo müssen wir lang? Rechts, glaube ich, wa? Reload! Die nächste Straße, die kommt, die müssen wir auf alle Fälle nehmen. Fortschritt! Ah, scheiße! Äh, hier müsste irgendwo mal eine Straße kommen mit... Ja, hier rechts. Hier rechts. Müssen wir hier lang? Johnny, beim nächsten Mal kannst du doch bitte mal... Ah, nee, weiter geradeaus, weiter geradeaus. Hier könntest du auch schnell Reisen machen, aber... Ich finde immer, das macht das Spielen auch kaputt, wenn man eigentlich so schnell und so auch schnell Reisen benutzt. Ja, aber... Hier lang? Ja, hier dürfen wir mal rein. Okay. Ah! Bam, 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 bam! Wecker! Ah, stimmt, hier war mal gewesen. Oh, oh jetzt. Ah, warte, warte. Ein bisschen aufpassen. Ah! Alles gut. Ja, ist nicht gerade für ein LKW hier gemacht. Die Strecke. Ah! Okay. Ah, 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 ah! Ah, hui! Alles gut. Ich hab alles... ... äh, im Griff. Na, jetzt hier noch einmal rum, 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 ah, rum. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Sind die etwa ausgeflogen? Ich bin ein bisschen erschrocken, dass das hier keine einzigen Peggys hier in der Nähe sind. Aber die haben ja auch gesagt, die sind gespannt, ob der Bunker vielleicht geplündert wurde. Ich bin wirklich froh, zum Widerstand zu... Ich auch. Oh, ich fahre hier wirklich nur zickzack. Egal. So erleben wir ein bisschen was. Da oben ist der Bunker. Ah, ich glaub, das war ein Peggy gewesen. Da ist er. Okay, Johnny, mach dich fertig. Da oben sind welche. Okay. Den Traffic, den Traffic. Oh, war das geil gewesen. Alter, durch den Zaun. Durch den Zaun. Du kommst hier nicht nebend raus. Klar. Ach, scheiße, unsere... Oh. Ach, in den Rücken. Alle runter. Oh. Wow. Hast du das gesehen? Ja, ja. Schön gemacht. Ah. Scheiße, hier sind ja noch Leute. Scheiße, hier sind noch mehr Leute. Okay, Johnny. Äh, doof gelaufen. Einfach Rinder. Nein. Nein, der Bogen. Ach. Nein. Ach, scheiße. Mann, ich will die Möse nicht benutzen. Ich wollte hier eigentlich... Nein. Oh, nicht die... Mann. Ja, gehen. So, jetzt aber doch mal. Plündern. Eins nach dem anderen. Dann. Die haben wir auch geplündert. Ich springe noch mal kurz mal runter. Denn... Oh, guck mal hier. Das ist die Ernteanweisung. Wo ist mein Bogen? Das ist jetzt nicht so schlimm, dass wir jetzt hier... Aber mein Bogen ist ja hier irgendwo... Immer muss ich die Arbeit machen. Mö, 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 mö. Okay. Wollen wir uns mal hier umgucken ein bisschen? Oh, scheiße. Komm mit. Ich bin bei dir, bis du was anderes willst. Hier oben noch mal kurz mal gucken. Wir decken uns erst mal hier so ein bisschen ein. Weil ich glaube, das wird gleich richtig heftig. Ich weiß nicht, was die mit den Typen der Algen gemacht haben. Ach, Mann, schade. So ein fein Bogen wäre jetzt richtig geil. Okay, Johnny, komm. Gehen wir mal rein. Äh, Munition haben wir. Ich folge dir einfach eine Weile. Okay. Wir gehen jetzt rein. Punkerzugang gewährt. Puh, 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 puh. Abregelung ausgeschaltet. Okay. Johnny, du bist bereit? Johnny? Johnny? Och, nö. Johnny? Hey. Ich will da nicht alleine reingehen. Oh. Ich will da nicht alleine reingehen. Ich will da nicht. Ich will da nicht. Und hier ist mein Kaiser. Wir müssen dreh bleiben. Hier ist es sicher. Du hast dich entstunden. Okay, okay, okay. Okay, Showdown! Wir haben vorgesucht! Wir haben vorgesucht! Wir haben vorgesucht! Ah! Scheiße! Was war das denn? Ah! Oh, Gotteswehe. Das war doof. Wo rennt er denn hin? Wo rennt er weg? Wo rennt er weg? Wo rennt er weg? Oh! Oh! Was? Ah! Scheiße! Scheiße! Johnny! Ah! Alter! Ich dachte, ja, wiederholst du einfach mal nur ganz kurz. Johnny! Ja! Ja! Alter! Ach! Versuch Nummer 21! Auf geht's! Unterwegs! Gib mir Deckung! Oh, es sind aber immer so viele hier, ey! Wechsel die Position! Wir sind erledigt! Okay! Wenn ich fliege in die Hände kriege, bist du tot! Genau! Attacke! Artillerie! Oh, scheiße, ey! Das geht, glaube ich, nicht gut. Ah! 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 Scheiße! Also, ihr müsst euch sicher sein! Sicher! Huh! Das Haus ist sicher! Ja! Sehr gut! Kann ja immer mal sein! Warum ist hier gerade so viel los? Scheißbeck! Bin getroffen! Ha! Okay! Robin Hood! Aber da vorne ist so viel los gewesen! Ha! Ha! Okay! Okay! Oh, Mann, ey! Das lief irgendwie richtig schlecht! Wo ist denn die andere? Oh, der ist auch nicht ein paar Pfeile gehabt! Öh! Okay, aber gut, Pfeil und Boom brauche ich ehrlich gesagt nicht! Ich brauche hier auch ein bisschen was anderes! Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst! Hast du hier noch irgendjemanden erledigt? Hier nicht! Wir gucken mal hier unten nach! Oh, sehr schön! Oh, die fangen immer wieder von vorne an! Ich muss auf alle Fälle unten mehr auffassen! Okay! Ansonsten... Ach, hier ist noch einer! Gut! Die Waffe haben wir? Was haben wir jetzt hier alles? Wir haben hier kaum was! Wow! Eine Rauchgranate! Toll! Ach, komm, wir machen es einfach mal so ein bisschen wie John Wick! Ja, ja! Ah, die reden schon so ein bisschen, als wäre ich der Tod! Okay, sechs Leute! Wenn ihr den Deptet hier seht, dann tötet ihn auf der Stelle! Wir schauen auf die Möglichkeiten vor! Ey, so ein kleiner Raum! Das... Bleib doch mal ruhig! Ich muss ein bisschen nachdenken! Wir schauen auf die Möglichkeiten vor! Lass sie nicht zu der anderen Däpfe, die Schnalle! Sondern die wir vergetan haben! Kisten? Oh, die sind aber alle verdeckt hier! Der Dept und die hat John getötet! Wir dürfen nicht zulassen, dass unseren Brüdern... Oh, das geht nicht gut! Okay, lauf, 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 John! Lauf, 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 lauf! Okay, 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 wir müssen sie nach und nach rauslocken! Ich glaube, das würde auch gehen! Sie ist auf dem Weg! Nein, komm! Schön! Ach, scheiße! Ach, scheiße! Bis zum Todt! Bis zum Todt! Ah? Haha! Okay! Die Granate, sehr schön! Deine Frage, Terry! Meine Antwort lautet Nein! Okay! Nein ist immer gut! Sagt nicht immer zu allen Ja! Links und rechts von euch stehen eure Brüder und Schwestern. Lernt auseinander kennen! Umarmt einander als eine Familie! Denn gemeinsam werden wir Hand in Hand durch die Tore nach eben schreiten! Ah, ich vermiss irgendwie ein bisschen Johnny, muss ich sagen, wa? Ich habe keinen Bock auf diese komischen Kreaturen, die sie hier gezüchtet haben! Dann kommt nicht zurück! Diese Leute sind jetzt unsere Verantwortung! Wir dürfen ihn nicht enttäuschen! Beseit machen! Wir müssen ihn aufhalten! Wir brauchen ihn! Er ist da drüben! Sicher? Ich bin immer nur! Brücken wir jetzt vor! Geht klar! Wir müssen diesen Autos schützen! Geht klar! Geht klar! Ihn geht es, der Drottenszünder! Solide! Wir müssen diesen Autos schützen! Wie der Vater es gesagt hat! Für Joseph's feet! Für Aiden! Wenn es vor zu besetzt, dann tötet ihn auf der Stelle! Raus dieses Brüder! Auf die Erde! Geht klar! Geht klar! Okay, okay, das geht doch ganz gut. Steh auf, steh auf. Wie viele Munitionen haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen was. Na ja. Na ja, gleich. Ein bisschen Vorsorge. Ein bisschen Vorsorge. Ey, aber hab ich auch nie Granaten hier. Das versteh ich nicht, Hans. Nur noch Rauchgranaten irgendwie. Scheiße. Jetzt die Frage war, welche Richtung. Wir dürfen unsere Brüder und Schwestern befreien. Okay. Was ist denn hier? Äh, kann ich euch nicht befreien? Hallo? Okay, befreien kann ich euch nicht. Ah. Ich weiß nicht. Ich hab jetzt grad so ein bisschen die Attitüde. Ich sitz grad in meinem Stühlchen, spiel ich in Far Cry, hab einen schwarzen Bart, schwarze, lange Haare und heiße Keanu Reeves. Irgendwie fühl ich mich gerade so voll danach. Ah. Wenn ihr den Identity seht, dann tötet ihn auf der Stelle. Okay. Puh. Ah. 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 Bibel, okay. Ah. Wir überfreien euch noch, keine Sorge. Glaub ich, irgendwann. Ja, doch. Können wir hier irgendwas? Nein. Oh, bitte mal ruhig. Wir haben hier alles im Griff. Haufe ich zumindest mal. Es ist nicht mehr weit. Ah. Was haben wir noch? Ah, wir haben eine Granate. Sehr schön. Okay. Das nennt man auf alle Fälle Kunst. Ach John, ach John, ey. Jetzt ist man irgendwie ein anderes Hobby dir gesucht. Oh, oh. Oh, Gott. Das ist ein... Hey, bleib ruhig, bleib ruhig. Hallo, ich bin's. Was schlägst du denn zu? Oh, oh. Ja, genau. Ich bin's. Alles gut. Du? Oh, Gott. Oh, Gott. Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas... Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten... All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an sich zu schließen. Uns alle einzusperren, ich... Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da. Und sah zu. Wir winselten Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Wir müssen los. Ich muss langsam Pipi machen. Die anderen. Okay. Da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie hier raus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Oh, dürfen wir uns jetzt entscheiden, oder... Wir müssen zum Kontrollraum. Wir suchen uns die Räume aufsperren und die anderen befreien. Ey, aber nicht so schnell. Nicht so schnell. Hallo. John Wick rennt nicht. Ey, ey. Äußern. John Wick rennt nicht. Merkt ihr das? Okay. Okay. Ach, super. Ah. Ah, ihr wollt mir gerade helfen. Guck mal. Mäuschen, ich hab's dir gerade erklärt. Wenn man rennt, rennt man mir mal voll in die Arme hinein, ja? Nicht gut. Oh. Äh, nein, meine Waffe, meine Waffe, meine Waffe. Äh, ein Augenblick, ich hab's gleich. Ach, Mann, ich will meine Waffe hier wieder haben. Nein. Gut, dann machen wir es so. Und jetzt aber. Okay. Blündern voll, okay, 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 okay. So, auf geht's. Könnt ihr auch. Los, 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 los. Naja, danke später. Mäusekind. So, müssen wir jetzt lang. Befreie die Gefangenen. Oh, hier sind ja noch mehr. Okay. Na, dann komm. Och, toll. Genau, ja, ich rette hier den Arsch. Warte, warte, der Kontrollraum ist verriegelt. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Okay, halt die Augen offen. Ich hab dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Okay. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt. Scheiße, Peggys. Hä? Hä? Was? Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist denn hier was? Verschütz die Kontrollen. Kontrolliert ihr noch mehr, Leute. Verschütz die Kontrollen. Kontrolliert ihr noch mehr, Leute. Wir können unsere Leute nicht gehen lassen. Sie sterben. Lasst sie nicht unsere Leute befreien. Oh. Du siehst, Gespänze. Mir macht's los, los, los. Wir wollen unsere Brüder und Schwester mitnehmen. Ha. Oh, das war eine Granate. Das war ein Rauchmälder. Ah, 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 ah. Nein. Nein. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt. Scheiße, Peggys. Scheiße, Peggys. Okay, ja, alles klar. Machen wir schon irgendwie. Wo sind die denn? Da. Granate. Okay. Okay. Der Nächste. Ey, ihr müsst euren Kumpel helfen, der ist schwer verletzt. Wir wollen unsere Brüder und Schwester mitnehmen. Was ist das Schiff? Veränder. So, noch einer. Achso. Wir wollen unsere Brüder und Schwester mitnehmen. Das war gemein. Entschuldigung, wenn ich gerade so geschrien habe. Aber das war ja gemein gewesen. Plündern. Plündern. So, wo müssen wir lang? Zerstör die Konsolen. Das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien. Äh. Okay. Rücken. Auf Jaxi hoch. Beeil dich einfach. Oh, ja, doch. Doch, ich habe hier noch was anderes. Ja. Ich habe geklappt. Die Zellen sind offen. Jetzt komm zurück zum Silo. Ich glaube, ich habe da was. Notfall. Okay. Komm her. Komm her. Wir fahren. Achtung. Achtung. Systemfehler. Äh. Weg. Ich muss hier durch. Wo muss ich gehen? Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Marek. Na bitte, arbeite dich nach oben vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn all sowas klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Okay. Bööö. Ah, da. Multiple Systemfehler. Oh, natürlich. Warnung. Hopp. Äh. 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 Äh, dann komm einfach hier raus. Ich habe jetzt hier Morde mit Johnny mir in den Arsch abgerackert, damit du hier wieder lebend rauskommst. Und was machst du? Oh, ich will jetzt hier Rache an ein Gebäude. Warnabend ist scheiße. Warnabend ist scheiße. Tut mir leid. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Natürlich. Hö. Ich kann gerade sagen, das wäre jetzt so. Okay. 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 Für Johnny. Ja, lass es brennen. Äh. Habe ich was verjetzt noch irgendwie? Nö. Nicht mehr viel Munition, ey. Feuer entdeckt. Dich hole ich, will du willst. Scheiße. Brugabfall. Lass dresse dich nicht mehr. Nicht einmal gebetet. Kohlenmonoxid entdeckt. Warum arre ich auch immer so eine Scheiße hier mit? Oh. Das sind noch mehr. Jetzt sehe ich auch noch Sternchen hier. Komm. Nachlad nach. Achtung. Achtung. Okay. Wo hin denn? Wo hin denn? Oh. Da lang. Ah. Verdammt. Lauf, 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 lauf. Notfall. Ah. Ah. Verdammt. Es liegt hier alles in die Luft. Erste Hilfe. Deputy, der Widerstand kommt dir helfen. Ja. Hol auch mal Zeit. Ah. Ah. Elikopter im Anflug. Elikopter im Anflug. Öffne die Luke. Da sollten Schaltkästen sein. Ah. Ich habe gerade andere Probleme. Ah. Shit, 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 shit. Wo bin ich? Ah. Ah. Überdrückung muss aktiviert werden, um die Haustliefe zu öffnen. Doch. Ah. Scheiße. Ja, natürlich. Wir jagen hier alles in die Luft. Wir machen hier alle kaputt. Nee. Wir hätten ja auch rausrennen können. Scheiß geordnete Evakuierung. Scheiß geordnete Evakuierung. Ah. Ah. Einer ist da. Scheiße. Du oder ich. Scheiß Schnalle. Ich werde dich hassen. Ich werde dich hassen. Das weißt du. Scheiße. Da kommt noch mehr von denen. Das gibt's doch nicht. Oh, Scheiße! Johnny! Ja, benutze deinen Kletterhaken! Wir sind hier überall! Ja, benutze deinen Kuchen ein! Feuer in Abschnitt B. Enterhaken! Äh, springen! Äh, steigen! Ah, Scheiße! Ich häng fest! Ich muss le... Puh! Ich hasse die Olle! Ich hasse die Olle! Brenn! Oh, Mann! Nee, kein Freund. Johnny, wir stoppen jetzt unsere Sachen und wir gehen nach Hause. Das war doof gewesen. Alle befreien! Ich will alle zerstören! Toll! Oh, Gott, das will ich nicht. Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, wie viele ich getötet habe, aber... John Wick wäre auf alle Fälle stolz auf mich. Das war höllisch gute Arbeit, Ruggie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Zieh dich aus! Zieh dich aus! Ein Siegel war geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt, von vielen gefürchtet, missverstanden von allen. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Oh, jetzt muss ich aber wirklich langsam mal Pipi machen gehen. Gut, liebe Leute, der guten Laune, das war's. Ja, zieh hoch, abgeschlossen. Ich werde jetzt, wenn jetzt hier keine Nachricht mehr reinkommen sollte, ja. Jetzt werde ich die Mission beenden. Und, äh, ja, mal gucken. Ich werde mal versuchen, auf alle Fälle mal ein kleines Best-of der besten Szenen von Johnny, John und mir zu geben. Bis dahin, ja, macht's gut, bleibt gesund, auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für ne besondere Zeit. Bis bald.